Hallo Leute, ich bin's. Wie ihr sehen könnt, das ist Scalchery Pleasant, glaube ich. Der Grund, warum ich euch das zeige ist, weil jemand hat mich gefragt, ob ich ihn als Puppe machen kann. Also so groß wie Jack hier ungefähr. Und ich habe schon angefangen seinen Schädel zu machen. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie es aussieht zur Zeit. Also so sieht es aus. Also so sieht zur Zeit sein Kopf aus. Also Scalchery Pleasant. Ich habe gerade seinen Schädel fertig. Und ich habe es weiß bemalt, weil das war terracotta-braun und es hat nicht so gut gepasst. Also das ist die erste Schicht von Farbe. Ich muss es nochmal mit Farbe bemalen. Ansonsten, ich würde mich auf Kommentare freuen, was ihr davon hält. Ob es mir gut gelungen ist. Ansonsten, ja, seine Kleidung wird noch gemacht. Und M, also der Schädel hier muss noch ein bisschen trocknen. Ansonsten, ich bin eigentlich zufrieden, wie er aussieht. Aber ich würde mich interessieren, was ihr davon denkt. Ansonsten, ja, ich könnte theoretisch eigentlich fast alles modellieren. Also ich kann euch keine Garantie geben, dass ich nichts modellieren kann. Aber für diejenigen, die vielleicht sowas in der Richtung haben möchten, einfach unten an den Kommentaren schreiben und sagen, Du, kannst du mal das und das modellieren? Sag mir, wie das Modell heißt oder wie diese Puppe heißt, je nachdem. Und ich schaue es mir an. Also ich tippe es quasi bei Google ein und sage, okay, wer ist denn das? Was ist denn das? Und dann, ich könnte es theoretisch für euch modellieren. Preise müsst ihr mit mir über PN oder per E-Mail klären. Ansonsten, ja, sagt mir, was ihr davon denkt. Bis bald!